Hallo! Genauso gut die Vespa nehmen können. Der kann heute Abend warten, bis er schwarz wird. Ja, komm, sei nicht so hektisch. Hör doch mal zu. Mensch, ich hab jetzt keine Zeit. Gib mir den Schlüssel. Ich war um vier verabredet und jetzt ist es halb fünf. Und wann seh ich dich wieder? Na, das kann dauern. Na, Zoffel! Das kann er haben. Ja. 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 Ja.